Alter, ich hab sie endlich! Ich hab die erste Tier 7 Waffe in Pro gezogen! Servus Leute, hier ist EuDiSB1 mit einem brandneuen Video. Morgen kommen wir in 5 Live-Kisten. Opening ist wieder am Schlüssel und ich bin gerade clanlos. Wie ihr seht, ich chill ein bisschen von clan zu clan. Also wenn ihr Lust habt, dass ich mal bei euch vorbeikomme, dann schickt mir einfach eine Einladung. Und ja, dann fangen wir gleich mal an mit wieder einem weiteren Kisten-Opening. Ich hab noch 8 Kisten aus der Zeit meiner aktiven Zeit. Durch die ganzen Truppe-Events und so weiter. Und wir spechteln natürlich auf die ganzen neuen Sachen, wie die Bramson Pro. Und fangen wir gleich mal an. Hier und... Alter, wir haben die K.O.G. Ich glaub's nicht. Wir haben die K.O.G. Pro und den Gladius läuft bei uns auf jeden Fall schon mal richtig ab. Ich bin jetzt schon mega zufrieden. Also wenn jetzt schon eine Sache kommt, dann ist dieser Part auf jeden Fall schon mal richtig safe. Alter, ist da viel in dieser Kiste drin. Ist ja nicht mehr witzig. Nein, ich bin ja gar kein Trupp. Wieso kann der denn eine Trupp-Schlacht machen? Und wir machen gleich weiter. Vielleicht habe ich ja heute das ultimative Glück. Vielleicht, weil ich heute auch Klausuren schreibe. Und die neue Tarnung. Alter. Ganz ehrlich, heute ist irgendwie echt Glückstag momentan. Ich feier's gerade richtig ab nochmal. Und den Rest haben wir schon. Aber diese Kisten haben irgendwie so viel gerade, wenn ich ehrlich bin. Und was kommt, was kommt, was kommt? Okay, Schalldämpfer ist nicht so geil. Panda-Maske habe ich schon. Ist mir jetzt egal. Viele wollen die haben. Ich würde sie euch gerne schenken, aber kann ich nicht. Habe ich auch schon. Jetzt noch die Bramson im Pro oder die BSW, man. Die BSW, die würde ich so feiern, wenn ich die BSW im Pro kriege. Ich habe sie leider nicht im Trupp-Event bekommen. Das war ein bisschen schade, weil ich wurde nämlich aus dem Trupp gekickt, der erster war. Kurz bevor das Event aus war. Habe mich ein bisschen angepisst, aber... Naja, was will man machen. Momentan läuft es nicht so gut, aber wir bekommen viel Diamantenstaub. Dann können wir uns coole Slug kaufen. Ich habe noch nie eine Slug gehabt. Ist ja Hammer. Ich habe immer noch keinen Trupp. Und weiter geht's. Vier haben wir noch. Aus diesem Part. Und dann können wir uns noch welche, glaube ich, kaufen. Das ist nämlich, weiß ich nicht, was in der Promo. Und die U4 haben wir auch für den Pro. Aber immer schön nice, die nochmal zu haben. Und Diamantenstaub abzugrasen. Und komm, komm, komm. BR39, BSW. Nein, das war nicht die BSW. Nein, auch nicht die BSW. Digga, komm. Pilot habe ich auch. Aber es gibt leider keine Sachen mehr, die man wirklich noch nicht hat. Also ich habe wirklich schon extrem viel. Mir fehlt ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, kaum was. Mir fehlen, glaube ich, fünf... Nein, glaube ich, acht Masken oder sowas. Und vielleicht acht Waffen. Und sonst kaum mehr was. Also ich habe echt schon recht viel, muss man schon sagen. Aber ich habe ja auch schon wirklich viele Kisten aufgemacht mittlerweile. Also das ist eigentlich nicht zu... Also es ist eigentlich irgendwie normal, meines Erachtens. Und jetzt kriegen wir nur noch doppelte Kacke. Wir grasen richtig ab. Krass, ey. Krass, krass, krass. Und eins haben wir noch. Vielleicht kommt ja jetzt eine Tier-7-Pro-Waffe. Und der Helm. Wir haben den Helm. Es ist gerettet. Und wir haben die neue Maske. Ach, die habe ich schon. Hoppala. Ich dachte, die habe ich noch nicht. Aber wir haben den Helm. Auf jeden Fall schon mal richtig nice. Die habe ich auch schon. Ja. Den habe ich im Event bekommen. Das ist jetzt blöd gelaufen. Und jetzt, was sehe ich hier? Erhaltet zehn für 240. Leute, ich bin dabei. Wir machen noch zehn weitere Kisten auf. Und eskelieren hier einfach mal so richtig, würde ich sagen. Und die Slug-In-Pro. Ja, die Slug-In-Pro. Ich wollte die gar nicht haben. Die ist bei mir auch die ganze Zeit im scheiß Schwarzmarkt. Vielleicht ist die jetzt endlich weg, wenn ich die so gezogen habe. Das wäre natürlich mal ein Anfang. Muss man schon so sagen. Weitermachen mit Paket öffnen. Easy peasy locker going. Die PR-39-In-Pro. Alter, ich habe sie endlich. Ich habe die erste Tier-7-Waffe in Pro gezogen. Also dieser Part, der ist echt richtig awesome, Leute. Jetzt noch die BSW oder die Bramson oder beide. Und dieser Tag ist der beste im Kisten-Opening-Leben jemals. Ja, wir grasen uns einfach noch fett Diamantenstaub ab. Vielleicht kriegen wir dann noch irgendwas, was ich noch nicht habe, können wir uns dann kaufen. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Immer die ganzen schönen, hohen Bitte, damit ich viel Diamantenstaub bekomme. Von dem kann man nie genug kriegen. Ich sammle den nämlich. Komm, kann ich euch dann gleich mal zeigen. Warum kriegt man so behinderte Aufsätze, ganz ehrlich? Ich habe mich noch nie verstanden. Ich glaube, Tarnungen habe ich echt fast alle. Oder sogar alle, außer zwei oder drei. Ah, den Helm. Nochmal. Nice. Aber ich finde, der schaut trotzdem richtig geil aus. Die habe ich auch schon im Pro. Habe ich ja meine BSW mit freigespielt. Und den haben wir jetzt mittlerweile auch ein paar Mal bekommen. Aber sieben haben wir noch. Also easy peasy, locker going. Kein Stress hier schieben. Und Großbritannien habe ich noch gar nicht. Geil. Stimmt, die ganzen Flaggen fehlen mir noch. Da fehlen mir echt noch viele. Deutschland habe ich zum Beispiel auch nicht. Komm, Deutschland wäre auch ganz geil. Habe ich nicht. Gut, sehr gut. Es geht richtig ab hier. Und dieser Granatenwehr scheint echt richtig krass zu sein, weil den bekomme ich nämlich immer. Plus den Origami-Schmuck. Leute, ich habe ihn vermisst. Ich habe den schon lange nicht mehr gehabt. So, komm. BSW, BSW. Teilen, das Spiel. Okay, alles klar. Teufelshund. Auch in Ordnung. Und die DS, die haben wir auch schon. Uh, noch was drin. Schalldämpfer. Habe ich auch schon. Und das Kamel. Alles klar. Und der Gladius. Jetzt wird es aber nicht mehr feierlich. Was ist in der Kiste alles drin? Das ist ja krass. Gut. Und nächste Kiste. BSW, 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 BSW. Griff. Ja, grifft es. Der knallt schon mal richtig rein hier. Guter Auftakt auf jeden Fall. Dann richtig krasse Sache hier. Der Helm ist auch wieder am Start. Und die DS. Okay, jetzt kommen wir gerade nur noch in doppelte Sachen rein, aber egal. Wir sammeln einfach den Diamantenstaub. Vielleicht kommt irgendwann mal die Bramson. Oh, yeah. Die neue Tarnung. Geil. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was neu bekommen, was wir... Und die Red. Für alle die, die sie schon haben. Hier, ich habe sie noch mal. Nee, ist wirklich mal ein Spaß beiseite. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Sachen bekommen, die römer-technisch sind. Den Helm haben wir. Das Gladius haben wir. Und jetzt haben wir auch noch die Tarnung. Und der chinesische Patriot habe ich auch noch nicht. Die Stain habe ich schon. Shit. Ich habe schon auf die Shred spekuliert. Die fehlt mir nämlich auch noch. Die ganze Tier 6 Waffen fehlen mir nämlich auch noch, glaube ich. Alle im Pro, soweit ich weiß. Ja, alle außer die KOG. Oh, der schaut ja geil aus. Den muss ich gleich danach auch noch ausrüsten. Das Kehlzeichen. Oh, der Crumpler, den habe ich ja noch gar nicht gehabt. Ist ja mal richtig fucking nice, was ich in diesem Ding bekommen habe. Jetzt in 12 Stunden ist endlich die behinderte Slug weg. Und wir haben 205.000 im Diamantenstaub im Schwarzmarkt. Richtig chillig, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle auch schon. wieder, weil wir haben ja mal richtig fett abgesahnt. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video hoffentlich. Und bis dahin, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute! Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.